Na, für zwei flauschige Beuteldachse habt ihr es aber weit gebracht. Ich bin Dr. Nefarious Troppy, Herr über die Zeit und Schöpfer der Zeitstrudelmaschine, die ihr vor euch seht. Oka Oka und Dr. Cortex haben mich geschickt, um diese Farce zu beenden. Ihr werdet mein Gebiet nicht mit den Kristallen verlassen. Das schwöre ich. Yo, guys, wassup, the blue gangsta is back with another part of Crash Bandicoot 3 War. Hat die gerade, macht die gerade selfies? What the fuck? Auf jeden Fall, ähm, zwei Sachen, die ich erwähnen wollte. Und zwar habe ich Coco aus einem ganz bestimmten Grund genommen. Ich wusste jetzt nicht, dass sie jetzt so langweilig ist, dass sie jetzt einfach ihr Smartphone auspackt und Surfies macht. Aber es ist der erste Teil, offizielle Teil, bei dem man gezwungen ist, mit ihr zu spielen. Zum Beispiel in den Tiger- oder Jet-Levels da. Jetzt geht ihr an Laptop, weil sie gelangweilt ist. Auf jeden Fall, ja, ähm, gibt's hier Parts, wo man gezwungen ist, mit ihr zu spielen, das erste Mal. Und normalerweise bei der Anfangsszene, was ich eigentlich schon am Anfang sagen wollte, ähm, als, äh, dieser Typ, der aufgetaucht ist, von diesem Level hier. Ähm, original ist er eigentlich als Silhouette vom, äh, also komplett in schwarz hier rüber gelaufen und hat dann hier gewartet. Nur dann erst hat man ihn gesehen. In der HD-Version ist es so, dass er aus einem Borb raus ist und dann direkt hier stand. Das wollte ich nur euch sagen und jetzt legen wir los, bevor wir hier noch mehr Zeit verschwenden. Äh, aber natürlich mit, mit Crash als Standard. Wobei ich sagen muss, ich finde hier Coco schon ziemlich cool. Ähm, ja. Gelber Edelstein, ja, dazu kamen wir noch nicht. Obwohl, dazu kamen wir schon. Aber den hole ich dann irgendwann mal. Okay, let's do it. Come on, hier, okay, hier ist nichts. 112, oha, das heißt, wir kriegen hier nicht alle. Okay. Ah, stimmt, die gibt's ja auch noch. So, gekonnt. Die Musik ist einfach krank, egal in welchem Level. Dankeschön. So. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Checkpoint. Ja, hier. Hier kommt man dann. Ah, verdammt, ich hätte den, den Jump hier machen sollen. Ah, stimmt, das gab's ja auch noch. Jetzt kann ich auf dem Raiden irgendwie. Ja, genau. Kann der auch? Nein, kann er nicht. Okay. Egal, ein Versuch war's wert. Schade, jetzt ist er schon weg. Ich dachte gerade, selbst mit einem Double Jump will der da nicht hoch. So. Alright then. Hier ist er nochmal, weil er uns entwisch ließ. Okay, da darf echt nichts passieren. Sonst ist Ende Gelände. Ah, und ich hab noch ein paar Lives gesammelt. Und die Edelsteine, die ich easy bekommen konnte, hab ich noch geholt. Ja. Wollte ich auch noch sagen. Alright then. Okay, da vorne ist schon wieder der Edelsteinkristall, whatever. Viel zu schnell. 50 Lives, Gangster. So. Das hätten wir auch ohnehin gekriegt. Ist da oben irgendwas? Nein. Seht ihr, sage ich doch. Und schon die Bonusrunde, krank. Schon zu einfach. Das geht ja viel zu schnell, alles. Wie viel kriegen wir denn hier? 60. Ne, 70 brauchen wir noch. Okay. Zack. So. Geht doch. Äh. So. Zuerst. Ja, ja. Wir wissen schon, dass wir hier dich brauchen. Das ist voll cool. Ich muss nicht immer auf jeden Extra sein, sondern kann mehrere gleichzeitig. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen bis zum Extra live, aber nicht mehr viel. Jackpawl. Yeah. So. Ja gut, die macht er selbst kaputt. Okay, das ist so. Speed up Ding. Okay. Okay. Ich bin noch gesprungen. Egal, ich habe genug Lives. Die 99 kriege ich auch noch zusammen. Brauche ich eigentlich gar nicht machen. Hä? What the hell? Was ist denn los? Ich sage das irgendwie in jedem Parton. Oh shit. Schnell weg hier. Das war irgendwie knapp, oder? So, jetzt nicht. So, hier waren wir auch schon. Gleich kommt wieder so ein Fire Ding. Ich mache, ich slide immer drauf. Mann, was mache ich denn für Bullshit? So, schnell weg hier. Okay, das hat nicht gereicht. Schade. Einfach. Na, ernsthaft. Komm schon. What? What the hell is going on? So, geht doch. So. Na, komm schon Crash. Geht doch. So. Jetzt hat er mich geregt. Also, irgendwie will das Level nicht, dass ich vorankomme. So, habe ich das Gefühl. So, hier bleiben. Jetzt. Okay. Hä? Ach so, das ist dann von diesem extra Level. Und hier gibt es nichts mehr, oder? Nee. Okay. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. God, what the hell was that? Okay. Alright, dann, Dad. Weiter geht's. Ah, okay. Ein Unterwasser. Ah, und hier kriegt man den Roten. Das heißt aber, nee, das mache ich dann. Gut, das heißt, ich kann aber ziemlich viele dann holen, sobald der Party dann done ist. Geh zurück. Mal gucken, wie weit wir das hinkriegen, direkt am Anfang. Gefährlich, gefährlich. Falscher Knopf. Gott, das war ja zu nah. Wieviel brauchen wir hier? 83. Okay. Alles weg. Ich feier das irgendwie voll hart. Oh, shit. Oh, shit. Gar nicht drauf geachtet. Und wir hatten ja keinen Checkpoint. Doch mal von vorn. Ja, dieses Mal war's okay. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Okay. Oh, shit. So. Oh, Gott. Ich hätte es fast wieder getan. So. Die Mücke ist entspannt. Hä? Ich habe doch... Warum hat er direkt vor ihm aufgehört zu spinnen? Und ich habe wieder von vorne. Okay, das mit dem Zurückgehen schenken wir uns, glaube ich, lieber, bevor ich hier noch mehr Zeit vergeudere. Okay, ist schon ein bisschen früher kaputt gegangen. Nein, 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 nein. Nicht berühren. So. So, jetzt hat es funktioniert. Jawohl, ein Checkpoint, wenigstens etwas. Jawohl. Wow. Äh, okay, reingeglitcht. So, kommt hier noch mal so eine Maschine jetzt. Ha, Glück gehabt. Ist hier... Nein. Und da ist schon der Crystal. Wegbleiben. Schnell, schnell. Okay. Stopp, stopp, stopp. Was ist hier hinten? Okay. Ah, das meint ihr mit... Geh noch mal. Ich habe doch... Okay. Jawohl, Checkpoint. Wir brauchen hier irgendwie so ein Ausschlüssel oder sowas. Was sind hier unten welche? Ah, verdammt. So, jetzt noch mal zurück. Ah, verdammt. Okay, okay. 52 waren es dann insgesamt richtig, ja. Alles aus dem Weg räumen, damit ich beruhigt zurück kann. Kann man die Dinger nicht kaputt machen? Ah, verdammt. Hä, was... Hä? Der hing gerade fest. So. Ich bin doch weit genug weg gewesen. Egal, weiter geht's. God damn it. So umsonst, so viel verschwendet. Mann, bin ich bescheuert. Naja, was soll's. All right, dann. Und was ist auf der 13? Okay, und hier kriegt man... Hier kriegt man beide. Davon... Ihr habt mäckigen kleinen Ratten, wollt also nicht aufgeben, was? Dann sammelt mal schön weiter Kristalle und wartet ab, was ich tun werde. Ja, ja. Am Ende des Todeswegs liegt ein besonderer Edelstein. Ja, aber den kriegen wir, glaube ich, eh nicht. Weil da müssen wir durch, ohne jetzt zu sterben. Und die restlichen, äh, Sachen würden wir da nicht kriegen. Wie zum Beispiel den normalen Edelstein. Und da fängt's schon an. Und jetzt ist es richtig Aladin-Style. Okay. Ha, ich wäre da fast selbst hochgekommen. Ja, Gangster fängt das schon mal an. Na komm, bleib oben. Geht doch. So. Kommst du? Jawohl. Okay. So. Okay. Ich dach grad. Ernsthaft. Ja, verdammt. Alter, was ist denn los grad? Die gönne ich mir jetzt alle. Gut. Und Bonus-Round. Jawohl. Mal gucken, wie viel wir da kriegen. Geil. Ich hab's. Hoffentlich gibt's davon so ne Extended Version, wo alles in eins ist. Das wär ja richtig krank. Ja, ich hab doch den Double Jump, ich Idiot. Okay, schon verstanden. What? Das waren aber keine vier Stück. Easy. So. Geht doch. Ja, ja. Gib Gas. Ich hätt ihn fast nicht gekriegt. Weg da. Nice. Ja, ich warte lieber. Sollen wir es riskieren oder dich? Nein. Okay. So. Vor allem all diese Dinger hier, die Kisten, die nach diesem Weg kommen, die würden wir alle gar nicht mehr kriegen. So. Das heißt, praktisch müssten wir vor und dann wieder zurück und dann da drauf. Oh Gott, sind das viele. Checkpoint, nice. Ah, ich hätte früher springen müssen. So. Ja, der ist ja immer noch da. Okay. Das war so klar, jetzt können wir da eh nicht mehr auf diese Todesplattform, weil wenn man einmal stirbt, dann geht's nicht mehr. Das war wieder knapp. Das machen wir diesmal so. Nice. Ja, das wären alle. Das war jetzt fast. Okay. 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 Ach ich Idiot, ich baue gerade richtig ... naja. So. Jaja. Du. Und zack. Und hier. Und warten. Und weg. Okay. Aber das ist locker ein Level, das man in einem Run schaffen könnte. Wow. Jawoll. Und zack. Geht doch. Alles klar. Damit hätten wir schon drei Colored Wands. Also, wisst ich wo die sind. Das heißt, der vorletzte ist im vierten Bereich und der letzte ist im fünften Bereich oder so. Kann ja sein. Okay, dann. Wo er die immer rausholt. So. Nope. Das war jetzt die 13. Dann geht's los mit der 14. Okay. Äh, Motorrad-Ding wieder. Beschleunige kurz vor dem grünen Licht und mein ... Ja, das weiß ich schon. Das habe ich irgendwie noch behalten. Nicht, dass ich wieder X drücke. Und ich habe es trotzdem verkacken. Ich habe, glaube ich, eine Sekunde, eine Millisekunde zu früh gedrückt. Oh, diese Löcher. Diese Fallgruben da meine ich. Äh ... 25. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. But who cares, right? Mist. Ich bin auf dem sechsten Platz. Gott, bin ich schlecht. Hier muss es bestimmt so eine fiese Kiste geben, von wegen. Die kriegt man so im Normalfall gar nicht. Sondern echt, wenn man nur darauf achtet. Ja, dankeschön. 17. Noch acht Stück. Kriege ich die alle zusammen? Ohne, dass ich natürlich erster Platz bin. Gott. Nee, das mit ersten Platz, das kann ich jetzt knicken. Nee, das kann ich echt knicken. Weg da. Wegen diesem. Und direkt von vorn. Und direkt von vorn. Ja, hoffentlich kriegen wir das jetzt hin. Boost, boost, boost. Verdebat. Akku, akku. Jawoll. So, jetzt. Weg da. So. Gut, das hat geklappt. Gut, das hat geklappt. Ja, gut. Zugel kann man da in Mid-Air, also in der Luft noch lenken, Alter. Komm, 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 komm. Mist, ich habe deftig an Geschwindigkeit verloren. Genau. Ja, toll. Das mit den Kisten zusammen kann ich jetzt knicken. Ich wette, es wird später eh nur an dieser einen Kiste liegen. Aber jetzt werden wir erstmal erster. Komm schon. Weg da. Du. Na ja. Jetzt muss ich nur noch erster bleiben. Komm, komm, komm. Bleib, 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 bleib. Bleib, bleib, bleib. Nein. Gib mir den Boost, gib mir den Boost, gib mir den Boost. Ja. 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 Rotz. Du. Und schon wieder ist da was hängen geblieben, weil er mich... Ja. Egal. Wir haben den Crystal, das zählt. Ha. Die Kists, hole ich später. So. So. Part number 15. Oder das war 14. Ja. Also dann. Let's do it. Du bist ja schon in so manche Party geplatzt, aber ich hätte nie gedacht, dass du es so weit bringst. Wenn du nicht umkehrst. Ich werde dich und das gesamte Universum tausend Jahre leiden lassen. Sorry. Aber jetzt wisst ihr seit dem dritten Teil wenigstens wer immer da ist, wenn es heißt Game Over. Ja. Versteht ihr? Okay. Gut. Wir kriegen eine Übersicht über das Level krank. So. Hier hinten gibt's nix. Du kriegst uns auch nicht. Ich bin schon gespannt auf die neue Fähigkeiten. Du bekommst. Du bekommst. Du bekommst. Geht doch. Weg da. Den gehen wir ganz elegant aus dem Weg. Den ganzen Feinden da. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt ehrlich nicht. Und wir sind wieder beim Anfang. Ja. Habe ich jetzt das Fragezeichen nix bekommen oder nicht? So. Gleich auf der Seite hier bleiben. Hey. Es hat funktioniert. Und da vorne ist ein Checkpoint. So. Ha. Das kann nicht nie gut. Ja. Egal. Ich so live. Geht. So. Eine kleine Zige. Zuerst. Das. Ja. Das hat funktioniert. Alright. Dann. Geht doch. Und noch ein Checkpoint. Noch 60 Kisten. God. Was los Merlin? Kein Bug mehr auf deine Zauber Sprüche. Seid ihr da? Seid Trinke ausgegangen oder was? So. Okay. Bonus Round. Noch 51 Kischs. Yeah. Okay. Dafür brauche ich ja nicht mal den Double Jump. Da oben ist auch nix mehr. Ja toll. Ich hätte es so machen sollen, ne? Aber die müsste ich trotzdem kriegen. Gott. Krieg ich den? Na komm. Na komm. Ne. Krieg ich nicht. Wundervoll. Schade. Aber jetzt ist wenigstens Bescheid. Und dass es tatsächlich Kisten kriegt, die man trotz Super Double Jump nicht bekommt. Krasser Shit. Konnte der hier nicht irgendwie cool laufen oder so? Oder war das erst im PS2 Teil? Oder war das erst im PS2 Teil? Hm. Naja. Auf jeden Fall. Machen wir es nochmal. Da oben ist echt nichts mehr. Ja. Ja. Da auch nicht. da ist auch nix mehr. Okay. Sind nicht angegangen. so da oben scheint auch nichts mehr zu sein 3 das wären 30 ja alles richtig gemacht jetzt noch 21 kriegen wir den weißer wir haben den kristall noch gar nicht und noch ein live krank und ein jack läuft doch alles voll gut gerade noch da hinten blitze krank und dahinten 10 stück noch okay ich wollte ein double jump machen aber danke ich habe eine trophäe gast so ich muss mich ja sogar noch von den treffen lassen weh bescheuert nur für die tropäen so weg da ok da die restlichen ok verstanden ich frage mich müsste es eigentlich geben hier müssen eigentlich noch so wege geben wo man in diese ganz spezielle genau wie beim zweier kommt so wenn man irgend zu irgendeinem bestimmten punkt in der karte kommt dass er dich dann irgendwo ganz anders hin bringt und ich dann ja ok crash so schade dass man die endposte nicht mit coco erledigen kann das wäre echt cool ich weiß nicht mehr wie man ihn besiegt ich hab's schon fast vergessen verschwende nicht meine zeit du kleines stinktier ich bin doch ich bin doch eindeutig drüber gesprungen ich bin doch ich bin doch eindeutig drüber gesprungen ich bin doch ein bisschen drüber gesprungen so jetzt andere seite ok noch ein die war schneller so jetzt wird es komplikativ Oh Gott war das knapp All right, dann dann Wird es auch bald sein Okay Tricke wiederholt um einen längeren schnelleren wirbel oder Oder in der luft zu gleiten das heißt wir können sogar noch höher als sonst gleich mal ausprobieren Aber das heißt auch unser Spin dash ich zeige euch gleich was das ist spin dash ist auch schneller oder unser Slides bin ja slides bin dash Ja ich erfinde gerade eigene namen aber ihr werdet gleich sehen was ich Ich muss bewusst sein dass diese zeit strudelmaschine sehr empfindlich ist wer weiß was sie tun wird wenn dr Entropäse nicht ständig überwacht Ja ja Hier den meine ich Krass das bin wie so ein bay blade So und jetzt der hier Mal gucken Achso man kann so und dann so und dann noch mal so krank Alles klar geist ausgetestet und fertig Ja das war's eigentlich schon mit dem part Wir sehen uns dann im nächsten dann geht's hier weiter Ja hoffe ihr euch hat's gefallen mir hat's gefallen und wie sonst auch immer Thank you guys for watching hope you liked it see you on the next part the blue games is out peace youtube world